10, 3, 4 Ausgespann 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Der Kasparonis Nürnberg gegen Kielmann kommt aus der Ecke Hüppelstein wo er derzeit spielt, weiß ich nicht genau aber möglicherweise durchaus beim TV Hüppelstein wo er ja auch einmal Trainer der 2-Liga-Mannschaft war Linkshänder Rainer Wild vom FC General gegen den Bruder von Jürgen Gottner Gute Luchs beim Söldis mit der Tanja die vor vielen Jahren auch noch bei der SGS Erlangen gespielt hat und aktuell glaube ich wieder nach Weißendorf zurückgekehrt Aufschlag Klient Genau So Applaus Am Applaus Applaus Vielen Dank.